Dies gilt als einer der schlimmsten Krokodilangriffe der Geschichte. Im Jahr 1945, während des Zweiten Weltkriegs, kämpften die Alliierten gegen die Japaner in der Schlacht von Ramri Island in Myanmar. Die japanischen Soldaten zogen sich zurück, einige in die Mangroven-Sümpfe. Dumm nur, dass die voller Salzwasser-Krokodile waren. Von etwa 1000 japanischen Soldaten haben schätzungsweise nur 20 überlebt.